Hallo liebe Geschwister, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt die Gemeinde News und die mache ich wie gewohnt nicht alleine, sondern Matthias ist an meiner Seite. Hallo Matthias. Hallihallo. Ja, wir haben uns einige Zeit nicht gesehen, aber heute haben wir wieder eine Übergabe gehabt und zwar hast du mich informiert, was es alles gab. Ich war ja 14 Tage im Urlaub. Genau und ich habe allerdings auch versucht, an den Gottesdiensten teilzunehmen, wie viele von euch ja auch, nämlich über die Online-Möglichkeiten. Ich habe gemerkt, da gab es noch ein bisschen Wachstumsräume. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Ton und wir hoffen, dass wir sie für die Zukunft ausgeräumt haben. Ja, das sind Dinge, wo wir lernen und wachsen. Ich hoffe recht bald. Ja, genau. Gerade war Antoine auch da, der hat hier so ein paar Sachen an meinem Computer gerade gemacht, weil ich da so einen fiesen Ton hatte im Ohr, den wollte ich jetzt den Zuhörern nicht zumuten. Und er hat mir schon gesagt, dass sie Checklisten erstellen und dass das natürlich, dass immer was daneben gehen kann, weil auch viel ausprobiert wird. Also das finde ich auch toll, dass unsere Techniker dran sind, nicht stehen bleiben, sondern versuchen, die Dinge zu ergründen, vielleicht besser zu machen. Dann passiert natürlich auch sowas. Und jetzt ist alles live. Das bedeutet, so ein Fehler, den kann man nicht über Nacht nochmal ausbügeln und dann eine Aufnahme reinstellen, sondern das kriegt dann jeder mit. Aber ich denke, ihr werdet das auch nochmal verzeihen. Und wir sind ja dankbar, dass wir unsere Techniker haben und dass sie sich so viel Mühe geben. Ja, weil der Einsatz ist auch enorm und wir können so dankbar sein, dass wir eigentlich so viele Techniker auch haben. Und klar, es sind immer neue Herausforderungen. Und jetzt mit live, das ist praktisch wie im professionellen Fernsehen auch. Richtig. Und ich denke, wir können ziemlich happy sein, dass wir so viele tolle Mitarbeiter haben. Und nicht nur im technischen Bereich, sondern es gibt ja noch was anderes. Seit ein paar Wochen ist ja im Gottesdienst oder neben dem Gottesdienst noch was anderes möglich. Ja, Kindergottesdienst. Und da sind wir echt sehr, sehr gut aufgestellt. Also die gesamten Sommerferien hindurch haben wir zwei Gruppen mit jeweils zwei Leitern. Die sind auch tiptop vorbereitet. Letztens der Alex. Und der hat sich riesig gefreut, endlich mal wieder Kindergottesdienst zu machen. Und dann war es schade, dass gerade bei den Älteren eigentlich keine Kinder da waren oder nur ganz wenige. Und da wollen wir ganz herzlich einladen, dass so wirklich die Kinder, wenn es irgendwie möglich ist, doch zum Kindergottesdienst kommen können. Ja, manchmal ist schön das Badewetter, aber es ist sicherlich auch nicht langweilig im Kindergottesdienst. Wir sind oft draußen, singen, spielen, viel Action für die Kids und natürlich auch richtig Gutes aus der Bibel. Ja, also Joshua war ja auch einmal dabei. Danach sind wir in den Urlaub gefahren. Wir waren übrigens in Süddeutschland bei Schwiegereltern und haben auch meine Mutter besucht. Meine Schwester ist noch gekommen, auch mit meinem Neffen. Und das war eine tolle, runde Sache. Wir haben auch dann die Gottesdienste versucht mit zu verfolgen oder was es auch Neues gibt hier in Osnabrück. Und Joshua war ganz begeistert. Also von dem all, wo er da war. Und ich finde das toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Deshalb auch von meiner Seite eine wärmste Empfehlung. Familien, ja, kommt einfach wieder. Ich denke, ihr vermisst es wahrscheinlich auch. Und da erwartet euch ein wunderbares Programm. Und vielen Dank an all die Mitarbeiter, die das möglich machen. Ja, und jetzt ist es ja auch möglich, sich online anzumelden. Sprich bis Freitagabend auf anmeldung.defg-osnabrück. Und jetzt wichtig mit UE geschrieben.de. Da kann man sich also anmelden. Ist kein großer Aufwand mehr. Zwei Zeiler genügt. Und dann auch gerne die Kinder erwähnen. Und dann sind die eingeplant. Richtig. Also wie gesagt, ihr müsst keinen Roman schreiben, sondern einfach nur, dass ihr kommt und wie viele ihr seid. Ja, wenn ihr mit der Familie kommt, dann schreibt doch dazu, wer alles mitkommt, damit wir auch alles vorbereiten können und die Personen zählen. Denn wir haben ja noch ein paar Auflagen. Und ich weiß gar nicht, wie war jetzt der Gottesdienstbesuch in den letzten zwei Wochen? Es sind ja Sommerferien. Ja, war sehr gut. Also vor einer guten Woche waren es gut 85, vielleicht knapp 90 Gottesdienstbesucher. Und jetzt, ja, denke ich, bei der Sonntaggottesdienst waren es vielleicht so gut 70. Ein bisschen weniger. Es war ja auch sehr heiß, ne? Ja. War nicht ganz so viele da. Ja, das spürt man auch. Und wie gesagt, online was nachzuverfolgen, kann ja auch manchmal recht bequem sein. Man hat allerdings ein paar Sachen nicht, wie zum Beispiel den Kindergottesdienst. Den müsste man auch online machen. Da gibt es auch tolle Angebote. Also wer sich noch scheut zu kommen, der findet da natürlich auch tolle Sachen. Aber die Begegnung von Mensch zu Mensch, die kann man schwer ersetzen. Besonders nicht auf Zeit. Also man merkt es auch. Wir haben das immer wieder Leute gesagt, dass sie das jetzt spüren, eine Sehnsucht danach, wieder Gemeinschaft zu haben. Ja, aber es ist eine tolle Nachricht, dass auch so viele wieder kommen, nach und nach. Wir haben allerdings immer noch Einschränkungen. Also es findet nicht alles statt. Es war jetzt mal im Gespräch, das Café zu öffnen. Das halte ich noch für ein bisschen früh. Die Infektionszahlen sind auch wieder gestiegen. Ich glaube, gerade im Café macht das einen immensen Aufwand, das zu gewährleisten. Sowohl mit dem Abstand, aber auch mit den Leuten, die im Café dienen oder dann auch wirklich an den Sonntagen für andere Menschen da sein wollen. Die müssen dann die Auflagen erfüllen. Für die ist das sehr unbequem. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du jetzt den Café einführen, das Café wieder öffnen? Ja, ich finde so die Zahl von tausend Neuinfektionen, das würde ich so ein bisschen so als eine kritische Schwelle sehen. Wenn es konstant über tausend ist, dann würde ich eher davon abraten. Wenn wir drunter fallen und das ist längere Zeit so, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass sich die Situation wieder entspannt. Dann wird das etwas aufwendiger, aber dann könnte ich es mir wieder vorstellen. Da geht halt nichts mit Buffet und Selbstbedienung, sondern wirklich, es muss alles sehr gut koordiniert werden und so wenig wie möglich Personen dürfen irgendwas in der Hand haben. Das muss man alles bedenken. Ja, also es ist doch eine Menge, was man beachten muss oder was die Mitarbeiter dann auch einüben müssten. Ja, aber es gibt auch noch eine weitere tolle Nachricht. Ich denke auch, was zentral ist jetzt bei den News. Und zwar wird es einen Open-Air-Gottesdienst geben. Am 6. September, also in nicht allzu ferner Zukunft, wird es die Möglichkeit geben, dass wir Gemeinschaft im großen Rahmen haben. Ihr habt ja immer wieder gehört auch, dass wir die Gemeinschaft, die wir hier pflegen sonntags, dass die unter Auflagen stattfindet, aber auch zahlenmäßig eingeschränkt ist. Das heißt, wir können nicht als ganze Gemeinde zusammenkommen und das, ja, das macht das Herz schon schwer, aber da ist es möglich. Am 6. September wollen wir einen Open-Air-Gottesdienst feiern und zwar auf dem Hof von Hartmut Birth in Wimmern. Die meisten von euch kennen das schon. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Gegend warst. Kann mich nicht hinsehen. Ja, viele von uns waren auch nur deshalb da, weil Hartmut und seine Familie uns den Hof geöffnet haben und wir dort auch schon mal einen Gemeindetag verbracht haben. Das war super toll. Hartmut Irmhild, seine ganze Familie machen auch jeden September oder zumindest jeden Herbst in jedem Jahr, in dem ich jetzt hier war und ich glaube schon viele Jahre davor, ein großes Fest von ihrem Hauskreis aus. Das ist ein gemischter Hauskreis, auch aus ihrer Gegend. Diesem Hauskreis sind sie schon seit vielen Jahren treu und die machen ein ganz tolles, großes Fest. Dieses Jahr wird es ausfallen aufgrund, denke ich mal, von Corona. Und stattdessen haben wir jetzt die Möglichkeit, wir haben da mal angefragt und so traurig wir natürlich auch mitfühlen oder so traurig das ist, dass Hartmut dieses Jahr dieses Fest, dieses Hoffest nicht feiern kann. Ich denke, das ist ein guter Ersatz, dass wir als Gemeinde dort auflaufen können und ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben. Auf jeden Fall und ich freue mich auch, dass nach dem Gottesdienst dann wahrscheinlich auch wieder viel mehr Gespräche möglich sein werden. Das ist jetzt so ein bisschen schwer. Nach dem Gottesdienst dann mit Masken drinnen oder weiß nicht, es verläuft sich doch sehr schnell. Und wenn man dann draußen ist, in Wimmern, draußen bei Birz, da habe ich schon ein bisschen die Hoffnung, dass man mit Abstand doch mit ein paar mehr Leuten reden kann und einfach die Zeit zusammen noch viel mehr genießen kann. Richtig. Und damit alles rechtens zugeht, müssen wir das wahrscheinlich auch mit Anmeldung machen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Das geht wie auf den üblichen Wegen. Alle Informationen wird es dazu in Kürze geben. Es wird auch ein Bus arrangiert werden. Und ihr wisst, im Bus sitzt man manchmal eng auf eng und das wollen wir genau vermeiden. Darum werden wir auch schauen müssen, dass je nachdem, wie viele Leute sich dann für die Busfahrt interessieren und anmelden, dass wir einen geeigneten Bus oder Busse dann zur Verfügung stellen. Damit ihr euch keine Sorgen machen müsst, damit ihr diesen Tag genießen könnt und wir dann gemeinsam auch in der Erinnerung schwelgen dürfen im Anschluss an den 6.9. Haltet euch bitte diesen Termin frei. Tragt ihn schon mal im Kalender ein. Das ist kein Allerwelts Termin, sondern das ist wirklich was Besonderes, gerade jetzt in dieser Zeit. Ja, genau. Das war es eigentlich von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob es noch was von deiner Seite gibt, irgendwas hinzuzufügen. Gab es irgendwas Besonderes oder ist irgendwas Besonderes und Aussicht? Nein, noch vielleicht was Kleines. Also wirklich schade ist, dass das Senioren-Bibel-Gespräch ausgefallen ist heute. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Aber wie Heiko Deckert sagte, wir haben das jetzt nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und wir hoffen, dass die Infektionszahlen wieder runtergehen und dass wir sehr bald wieder Bibelgespräch auch zusammen haben dürfen. Ja, genau. Und wenn eure Veranstaltungen, eure Versammlungen auch im kleinen Kreis, beispielsweise Hauskreis und dergleichen mehr, zurzeit nicht oder auf anderen Wegen stattfinden, wir wollen euch da, egal wie ihr das macht, wir wollen euch einfach die Rückendeckung geben. Macht es so, wie ihr euch gerade auch sicher und gut fühlt. Wenn ihr meint, dass ihr euch gerne treffen wollt, dass ihr wieder Präsenzveranstaltungen machen wollt, fragt mal eurem Kreis und dann könnt ihr euch mit Gleichgesinnten auch wieder treffen. Natürlich immer unter der Einhaltung aller Regeln. Aber wenn ihr sagt, ich möchte noch vorsichtig sein oder wir haben in unserem Kreis einfach Leute, die ängstlich und vielleicht auch zu Recht zu der besonders gefährdeten Gruppe gehören, aus gesundheitlichen Gründen, dann nehmt doch davon auch weiterhin erstmal Abstand. Geht auf Nummer sicher, so dass ihr euch wohlfühlt in euren Kreisen und dass ihr da kein schlechtes Gewissen haben braucht. Und das wollen wir auch weiterhin unterstützen. Es ist einfach gerade eine sehr oder eine ausgesprochen angespannte Zeit. Niemand weiß genau es. Die Zahlen verändern sich. Die einen machen sehr viel Angst. Die anderen reden es vielleicht auch sehr klein. Vielleicht ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und wir wollen euch Mut machen. Wir wollen für euch da sein. Und macht es so, dass ihr euch mit euren Gruppen wohlfühlt. Ja, würde ich auch sagen. Und wir werden natürlich immer sehr regelmäßig schauen, was ist der Status quo? Wie sieht die Situation aus? Wir können nicht zu weit im Voraus schon Dinge zusagen oder festmachen, aber wir hoffen, dass uns Gott wieder so viel Gnade schenkt und dass, falls es im Herbst wieder ein bisschen ansteigt, dass es auch wieder sehr, sehr glimpflich alles verläuft und wir nicht viele Corona-Fälle hier in unserem Umfeld haben. Jawohl. Also das ist auch ein Gebetsanliegen. Jetzt haben wir euch schon eigentlich durch die Hintertür ein paar Gebetsanliegen vorgelegt. Bitte betet dafür, dass der Gemeindealltag auch immer weiter entspannter zugehen kann, dass wir das auch gut hinkriegen weiterhin mit dem Kindergottesdienst, dass Familien wiederkommen können. Bitte betet auch für den 6.9. Einmal natürlich, dass das Wetter mitspielt. Das liegt absolut nicht in unserer Hand, aber auch, dass wir wirklich einen tollen Gottesdienst, einen gesegneten Sonntag miteinander verbringen können. Und dass alle Dinge, die damit verbunden sind, zum Beispiel mit der Organisation oder mit den Busfahrten und so weiter, dass alles glatt läuft. Bitte denkt aber auch an unsere Senioren und auch an die Kranken der Gemeinde, dass sie in dieser Zeit wirklich wissen, dass Gott sie trägt und dass er sie bewahrt. Wir sind auch für alle Bewahrung, die wir bisher erfahren haben, zutiefst dankbar. Und ja, jetzt wünschen wir euch noch entspannte Tage. Es ist echt sehr heiß, hier gerade auch in meinem Büro. Und vergesst bitte nicht zu trinken. Es ist wirklich warm. Also mir läuft hier auch gerade der Schweiß in Perlen runter. Richtig, genau. Es gibt Möglichkeiten, sich abzukühlen. Auch zum Beispiel im Moskau-Bad, da müsst ihr euch auch anmelden. Macht euch mal im Internet schlau. Das machen die auch ziemlich interessant. Ja, mit Blogs, mit Zeitblogs vormittags, nachmittags, mit Online-Anmeldungen. Ja, das ist alles neu, aber das kriegt ihr auch hin, wenn ihr das wollt. Ansonsten auch an diejenigen, die gerade noch im Urlaub sind und jetzt einfach die News sehen und mal reinhören, wünschen euch auch weiterhin einen gesegneten, einen entspannten, einen erholsamen Urlaub. Ja, stärkt euch gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss.